Das war Turbo. Hallo, herzlich willkommen. Sprechen wir über Turbo, den neuen Film aus dem Hause DreamWorks. Fio ist eine Schnecke und der allergrößte Fan von Autorennen. Nichts findet Fio faszinierender als das. Ich wünschte, ich wäre schnell. Durch einen unglaublichen, super, mega, hyper, duper, super Zufall gewinnt Fio plötzlich so eine Art Superkräfte und wird nicht nur die schnellste Schnecke des Universums, sondern wird so unfassbar schnell, dass er es locker mit irgendwelchen Rennwagen aus der Indy 500 aufnehmen kann. Mein Name ist Turbo. Über die Qualität der Animation müssen wir, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr reden. Es gibt Standards, die hier natürlich auch locker eingehalten werden. Das hat eine schöne Plastik, das hat schöne Farben, das ist irgendwie bunt. So Eye Candy, wie man so schön sagt. Also es sieht alles super aus. Das Charakterdesign ist ganz niedlich. Vor allem diese Schnecken, allen voran natürlich Fio, Schrägstrich Turbo und Chat sehen total super aus. Was die Story betrifft, da ist das jetzt natürlich so, hey, auch wenn du klein bist, kannst du alles schaffen. Haben wir zuletzt bei Epic gesehen. Ey, du willst bei einem Rennen mitmachen, haben wir zuletzt bei Cars gesehen. Ein Tier, das man mit einer gewissen Sache, in dem Fall Geschwindigkeit, gar nicht assoziiert, wird dann voll schnell. Haben wir zuletzt bei Ratatouille gesehen, mit einer Ratte, die man nicht mit gutem Essen assoziiert. Also es ist so, man hat sich so sehr gemütlich im Gemüsegarten des Animationsfilms der letzten 15 Jahre bedient und sich überall so ein bisschen was rausgenommen und das so irgendwie in eine Geschichte gepresst. Und am Ende ist dann eben diese Schnecke, die Autorennen mitkriecht, dabei rausgekommen. Je eher du deine erbärmliche Existenz akzeptierst, oh nein, desto glücklicher bist du. Das ist nicht originell. Das darf man davon nicht erwarten. Aber, und das ist wahrscheinlich der große Pluspunkt, den der Film hat, der will das auch gar nicht sein. Der weiß das alles. Der weiß, dass der das Rad nicht neu erfindet. Der weiß auch, dass der jetzt nicht das originellste Produkt unter der Sonne ist. Und gerade deswegen nimmt er sich so die Freiheit, einfach blöd zu unterhalten und einfach den Zuschauern alles kaufen zu lassen. Also dieser Zufall ist so blöd, warum Turbo so schnell wird und dass überhaupt eine Schnecke bei einem Autorennen mitläuft, ist auch eigentlich vollkommen gaga. Also wenn man jetzt in so einem superkritischen Modus sich da reinsetzt, dann findet man das alles irrsinnig dämlich, weil das auch schon in seiner inneren Logik fast unglaubwürdig ist. Aber das weiß der Film alles. Und da gibt er einen feuchten Kehricht drauf. Das ist dem vollkommen Wurst. Ich glaube, das ist das, was der Film am richtigsten macht. Dass der sich nicht ernst nimmt und dass der einfach ein bisschen albern sein will und ein bisschen lustig und dabei irgendwie gut aussehen. Düsen wir los! Auf die Pläste! Kaffee! Oh, ich werde gesinnen! Komm schon! Ja! Also ich tendiere eher zu so einer Ha, muss man nicht gucken Seite, weil ich finde, dass er atmosphärisch nicht sehr dicht ist. Es fühlt sich irgendwie unlebendig an. Es fühlt sich Plastik an. Das ist irgendwie schade. Weil diese Selbstironie, die mag ich. Und die sorgt letzten Endes auch dafür, dass ich den Film nicht jetzt als totalen Super-Fail empfinde oder so. Sondern die rettet den Film eigentlich. Deswegen finde ich schon, dass man den gucken kann. Aber man darf kein Masterpiece erwarten. Also ihr merkt, ich bin da sehr ambivalent. Das macht es mir irgendwie schwer, den Film zu bewerten. Aber natürlich tue ich es trotzdem. Wer sollte sich den angucken? Der Film ist ab FSK 0. Also jeder darf da rein. Und genau dafür ist er auch gedacht. Schönes Sonntagnachmittag Familienentertainment. Und wenn ihr jetzt ohne Familie reingeht, dann könnt ihr, glaube ich, auch warten, bis der auf DVD raus ist. Turbo kriegt von mir solide zweieinhalb von fünf Bieren, weil Schnecken besonders gerne Bier mögen. Das war eigentlich noch von meiner Mutter, die früher immer kleine Schalen mit Bier zwischen die Salatköpfe gestellt hat, um die Schnecken loszuwerden. Das war unsere Kritik zu Turbo. Wenn ihr den Trailer dazu sehen wollt, dann klickt jetzt hier oben hin. Und wenn ihr mal eine Kritik von mir sehen wollt, in der ich einen Animationsfilm fünf Sterne gebe, dann klickt hier unten auf acht meiner Lieblingsfilme, die ich da beschreibe. Da ist nämlich unter anderem Toy Story 3 dabei. Und das ist für mich die Krone der Schöpfung. Nicht nur, was Animationsfilme betrifft, sondern generell, was Hollywoodfilme betrifft. Ganz schön toll. Könnt ihr hier unten sehen. Ich werde nun... Was mache ich jetzt? Du kannst ja auch mal ausdenken, was ich mache. Ich denke mir hier immer was aus. Dafür bist du ja auch da. Ich bin dazu da, mir auszudenken, was ich mache? Ja. Nee. Ich bin dazu da, darüber zu reden, was ich mache. Ihr sagt, was ich machen soll. Ich bin Schuhbleibler. Das ist eine ganz blöde Idee. Oh, zapft es! Das ist eine ganz blöde Idee. Das ist eine ganz blöde Idee. Das ist eine ganz blöde Idee.